Gomes gegen Tim Ulbricht, wieder dieses Aufpusten, wieder Zug zum Korb, Block, Ulbricht klasse verteidigt. Noch 8 Sekunden für den Angriff, Schafazic, jetzt ist Ulbricht auf der rechten Seite, spielt seine Athletik aus und macht das gut. Genau das haben wir zu wenig bisher im Turnier gesehen, hat sich sehr auf seine Dreier verlassen, aber kein Übertiel. Es ist noch möglich, Leis. Gut nachgegangen, Ulbricht. Ein bisschen Körpersprache, die hat der Gomes da gehabt, schöner Pass auf Ulbricht. Ja, gut gemacht, der haut ihn über Gomes hin. Auf Ulbricht, klasse, Pick and Roll, Block gesetzt, abgerollt, durchgesteckt bekommen. Ein Sieg heute, eine Niederlage der Angolaner morgen gegen Australien, das dürfte, er zählt, er zählt für Ulbricht. Dann dürfte, es sieht jetzt viel besser aus und es ist schon ulkig. Er hat gesagt, Joe, im letzten Viertel, wenn wir da dran sind, dann drehen wir das Spiel. Das ist noch nicht geschehen. Block kommt von Jagler-Harmann, zieht raus auf Ulbricht. Ja, ja, wunderbar, Tim Ulbricht, ganz wichtiges Ding. Tack! Vielen Dank.